So, wir machen weiter bei Jam 2 und wollen noch gar keine Zeit verlieren, deswegen geht es auch sofort los. Äh, ja. Wir haben gar keine Zeit. Nein, wir haben Zeit, aber ich will hier möglichst viel Level in das Video packen. Deswegen machen wir einfach ganz kurz, was ist passiert. Warum? Was war das für ein Warp gerade? Ich weiß nicht, was das gerade für ein Warp war, aber Dinge sind passiert. So, äh, ich darf nicht jetzt mehr eine Taste drücken, die Yoshis Zunge auslösen würde. Das heißt, ich darf nach nichts greifen. Das heißt, ich darf nach nichts greifen. Okay. Ah, und ich darf dann auch nicht... Ach so. Den muss ich noch nehmen. Dann kann ich den kaputt machen. Und dadurch kann ich jetzt aber nicht mehr auf die Renntaste drücken, weil dadurch... Ja, okay, verstanden. Jetzt wird das Ganze sogar auch noch geschickt. Lichkeit. Also, den kann ich noch, zack, und dann hier, und jetzt darf ich nicht mehr rennen. Weil wenn ich rennen anfangen würde... Okay. Oh, ich wette, die muss... Ne, die kann ich nicht mitnehmen. Alles gut, alles, alles gut, alles perfekt. Und jetzt zieht sich auch schon wieder hoch und jetzt kann ich einfach ganz normal die Renntaste drücken. Ja, easy. Gilt das jetzt immer noch? Nein, jetzt kann ich einfach hier... Bin ich free im Drücken. Das ist wahrscheinlich einfach das nächste Rätsel jetzt. So, Yoshi, komm raus. Du kriegst eine Shell. 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 Und dann schießt du mir das... Fischi kaputt. Also, ein bisschen später die Shell zünden. So. Oder auch einfach gar nicht. Das geht natürlich auch. Okay. Nein. Ja. Nice. Trevor versenkt. Dann geht es hier einfach nach oben. Okay. Und wir sind wahrscheinlich im nächsten Rätsel. Ich muss klein werden. Das heißt, ich muss den Koopa ziehen und reinspringen. Das hat ja super funktioniert. Danke dafür. Und Abflug. So. Kann ich? Nein. Natürlich nicht. Das geht kaputt, ne? Ja. Ja. Die Robe löst jetzt wahrscheinlich auch nicht den Kletter-Effekt aus. Nein, tut sie nicht. Okay. Was will ich tun? Ach so. Verständen. Yoshi will hier hin. Ich will hier... In den Mancha. Genau das will ich. Genau das wollte ich. So. Yoshi will hier hin. Ich will... Wir versuchen das einfach nochmal. Yoshi will hier hin. Ich will nicht in den Man... Also. Yoshi... Will hier hin. Ich will nicht in den Mancha, sondern hier runter. Und dann. Also ich will die... Die... Die Shell wieder haben. Ich muss das halt so timen, dass der mir die Shell hier so zuspuckt, dass ich die wieder mitnehmen kann. Aber kann er nicht einfach ablegen? Okay, also er kann sie zumindest langsam ablegen. Die rutscht natürlich weiter, weil da dieses... Ja, ja, ja. Weil da dieses... Ding drunter ist. Okay, das haut hin. Gut, wir haben das verstanden. Ich brauche den hinten nicht. Kannste behalten. So. Zack. Ich bin über die... Ich habe kurz die Augen geschlossen und wollte einfach in den Mancha sterben und dann springe ich drüber. Ja, okay. Ja, okay. So. Ja, das war ein bisschen schnell... Ein bisschen flotty. Ich würde mir fast aber auch Interesse halber einfach mal den Hint angucken, wie er das jetzt... Wie... Wie der Hinweis da jetzt gewesen wäre. Ja, das habe ich ja gemacht. Also, haben wir den... Äh, das Rätsel schon ohnehin gelöst. Sehr schön. War nur noch nicht... Oh, ich war nur noch nicht schnell genug. Noch mehr. Ich bin gespannt, ob wir heute in dem Part schon in den schwierigen Abschnitt kommen. Aber ich glaube... Ja, nice. Aber ich glaube... Äh... Nicht. Okay. Yoshi muss den Stein essen. Gut. Gut. Bisschen später. Mhm. Danke. Hör, die kommt hier hoch! Ich habe mich schon gewundert, warum da Wasser ist und dachte, ich beeile mich lieber mal. So. Was ist... Oh, ist das jetzt Tower, die... Oh mein Gott, das ist jetzt Tower Defense einfach. Wie gut ist das denn? Oh, ich habe es verkackt, oder wie? Wie viele dürfen durch? Okay. Wie viele dürfen durch? Zwei sind durch. Ist das schon zu viel? Da kommen noch mehr. Nein! Drei sind durch. Oh oh. Weiß nicht, ob das jetzt noch geht. Am Ende darf kein einziger durch. Was sagt die Box? Shit. Okay. Achso, ich kann die oberen auch kaputt machen. Und nur wenn ich alle kille, wird der P-Switch ausgelöst. Oh, Junge. Das ist aber voll gut. Äh. Okay, easy. Wenn ich jetzt weiß, dass ich nach oben kann, ist natürlich das Problem von gerade eben komplett gelöst, ne? Dann ist das ja viel einfacher. Als es zunächst... gewirkt hatte. Easy. Jetzt kommt die letzte Horde, ne? Ah, der eine ist schneller. Der muss weg. Gott. Der muss auch weg. Und der muss auch weg. Nein! Das war der letzte. Der letzte. Oh, der letzte ist durch. Der letzte ist einfach durch. Frech. Shit. Jetzt kommt wieder ein schneller. Okay, der ist auch schnell. Gut. Den ziehen wir so weg. Dann kommt der da hinten mit raus. Sehr schön. Den ziehen wir auch einfach weg. Und den ziehen wir auch einfach weg. Perfekt. Okay. Sehr gut. Nein! Der Schuss ging komplett ins Leere. Nein! Jetzt krieg ich den nicht weg. Jetzt krieg ich den nicht weg. Wieder einer. Okay. Nice. Nicht nice. Nice. Achso. Ich krieg halt da unten nur die Shell. Ah, das war dumm. Also, ich würde ihn schon am liebsten einfach unten lassen, weil ich da die ganze Zeit die Shell bekomme. Ich kann aber natürlich... Ja, das hat nicht. Das hat nicht hingehauen. Oh, das war gut. Okay, man kann schon ein bisschen sich die Sache vereinfachen, wenn man hier oben direkt losschießt. Oh, nice! Der Double Kill einfach. Man kennt ihn. Sehr schön. Und das war's. Wir kommen heute noch in den schweren Abschnitt. Okay. Ich will da nicht hin. Scheiße. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich will da nicht hin. Okay. Puh. Ja, der schwere Abschnitt ist halt hier hinten. Da muss man erstmal hinkommen. Jetzt müssen wir es mal rausfinden, wie. Ich weiß zwar noch, dass es den Abschnitt gibt. Aber das war's halt auch. Achso, dann muss die Shell hier hinten landen. Ja gut. Ja gut. Dann dürfte es ja doch nicht so schlimm sein. Reicht das schon aus? Würde ausreichen. Achso. Aber wir müssen erst den und off. Okay. Wir müssen erst den. Ja, aber dann steht Yoshi Kacke. Aber wenn ich Yoshi hierhin stelle, funktioniert zwar der erste Schuss. Irgendwann. Okay. Ich bin verrückt. Entwere ich mich über die Musik ab. Ich bin jaar-gerisse. Ah, so! Mal. Ich bin jaar-geräusche. Ich bin jaar-geräusche. Ich bin jaar-geräusche. W-wieso hat's denn Yoshi jetzt weggezündet? Oh, weil ich durch die Blöcke hier bin. Ups. Upsi. Also die Frage wäre, kann ich vorher den Kollegen hier auslösen? Und ich glaube, die Antwort darauf ist Nein. Dann wäre aber die nächste Frage. Oh, ist das auch für Yoshi vielleicht nütz? Wait. Geht das? Das würde funktionieren? Wow. Aber jetzt kann ich die trotzdem nicht so loslassen, dass die da unten durchzieht. Ich kann sie da runter pfeffern, das kann ich gut. Aber das nützt mir ja nix. Ha. Glaube, der Putt ist dann doch noch nicht der schwere Teil, sondern erstmal der Weg in den schweren Teil. Ja, gut. So komme ich nicht an die Stelle. Also das... Ich bin unschlüssig, wo ich mich hinstellen muss. Kann mich mit Yoshi ja nicht rumdrehen. Und von selbst kommt die ja scheinbar nicht dahin, wo sie hin soll. Ich muss aber vorher den On-Off drücken. Hä? Oh ja, tschüss. Ups. Ich bin ein wenig verwirrt. Ich glaube, man merkt es mir nicht an. Irgendwas muss es doch mit dem Ding auf sich haben, weil... Für den ersten Rätselkomplex haben wir das doch gar nicht genutzt. Und da stand Yoshi ja hier und der ist halt einfach da reingeflutscht und dann war es ja fertig. Aber jetzt ist das ja was... Ist das ja... Jetzt ist das ja irgendwie mehr. Also wenn ich Yoshi ganz normal Regulär hier hinstelle, dann hat das ja nicht so... Dann war das ja... Dann war das ja nicht... Dann war das ja nicht so die... Ja, das haben wir halt gar nicht genutzt, dass es dieses Ding da oben gibt. Das heißt, irgendwie muss das Ding da oben jetzt nützlich werden. So, aber wenn ich hier oben bin, komme ich nicht mehr runter. Also das kann ich knicken. Das heißt, entweder die Shell muss da drauf oder Yoshi muss da drauf rumhüpfen. Also das ergibt halt irgendwie keinen Sinn. Ich meine, wenn die Shell... Irgendwie so da drauf rutschen würde, könnte sie wahrscheinlich hier runterziehen. Achter, ich bin dumm. Aber ich kriege die Shell da ja nicht hin. Ha? Also es wirkt irgendwie, als ob Yoshi da entlang reiten muss. Aber ich weiß halt nicht. Ich weiß halt nicht, warum. So, jetzt ziehe ich wahrscheinlich das Ding bis da rüber. Ja, aber jetzt ist halt der On-Off vorher nicht gedrückt worden. Oh shit, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Während Yoshi da oben... Ich muss den jetzt so langsam da drauf schicken. Das ist schon zu schnell wahrscheinlich. Ja, und wenn er dann von oben die Shell abschießt, prallt sie an die Wand. Aber dadurch, dass er dann runtergefallen ist, kann ich dann die Shell nach hinten pfeffern. Oh mein Gott. Okay. Verstanden. Also jetzt ganz langsam. So bewegt er sich gar nicht, ne? Scheiße. Ganz langsam. Das ist nicht zu lang. Das ist zu schnell. Okay, das war zu schnell. Wie kann ich denn den da ganz langsam drauf pfeffern? Also ich will ihn ja nicht drauf pfeffern eben gerade. Vielleicht an der Wand abbreien lassen? Das hat's... Das hat's gebracht. Slop. Oh, perfekt. Perfekt. Den state ich mir. Ja! Das war's. Okay, per... Aber ich wollte gerade sagen, er muss es noch auslösen. Aber jetzt hat er es ausgelöst. Und jetzt kann ich ihn nämlich einfach mit der Shell mir nehmen. Und jetzt ist er ja unten. Und wenn ich ihn jetzt nochmal lospfeffer, dann zieht er ja einfach hier hinten rein. Oh mein Gott. Okay. Ja, und das ist der schwierige Part. Nächstes Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss.